So, aber jetzt geht's non-stop weiter bei uns. Zuerst werden uns unsere Funken in großer Garnitur, also unsere Damen, erfreuen mit einem tollen Funkenmarsch. Und danach kommt ein Musikus. Was soll ich euch sagen, dieser Musikus war in der allerersten Saison hier schon zugegen. In der 27. ist er da wieder dabei. Also, lasst euch überraschen, aber zuerst unsere Funkengarde. Bitteschön. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.